Musik Hallo liebe Gemeindeklieder der Bonhoeffer Gemeinde. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich vermisse Sie sehr. Und auch wenn ich es gerne tun würde, ich schaffe es zeitlich nicht, Sie alle anzurufen. Deshalb melden Sie sich doch bei mir. Ich würde total gerne von Ihnen wissen, was Sie mit der Bonhoeffer Gemeinde verbinden oder was die Bonhoeffer Gemeinde für Sie bedeutet. Schicken Sie mir doch dazu ein Video von sich oder eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht. Und ich mache dann oder lasse da ein ganzes Video draus machen, das dann auf YouTube veröffentlicht wird. So kann ich Sie sehen und Sie können sich gegenseitig sehen. Über diese Frage, was ich mit der Bonhoeffer Gemeinde verbinde, da denke ich gerade besonders nach. Meine Gemeindephase im Vikariat, die ist bald vorbei und ich blicke öfters zurück. Ich verbinde mit der Bonhoeffer Gemeinde in erster Linie wunderbare Menschen. Und zwar Menschen, die sehr freundlich sind und die sehr offen sind. Die sich wirklich alles Mögliche mal angucken und bei allem mitmachen. Und ich verbinde Menschen, die wirklich was hören wollen in einem Gottesdienst. Die Inhalte erwarten und die dichte Stimmungen mögen. Und außerdem zeichnet das Bonhoeffer Haus für mich noch oder die Bonhoeffer Gemeinde für mich noch aus, dass da so viele unterschiedliche Altersklassen unter einem Dach versammelt sind. Sie merken, ich komme ins Sperrenbund, bekomme richtig gute Laune. Die Bonhoeffer Gemeinde ist mir sehr ans Herz gewachsen. Jetzt sind Sie dran. Was bedeutet Ihnen die Bonhoeffer Gemeinde? Meine E-Mail-Adresse finden Sie unter dem Video. Und auf Anfrage schicke ich Ihnen dann auch gerne meine Telefonnummer zu. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Beiträge. Tschüss. Vielen Dank.